hallo hier ist der martin von manneman case dass die dachsanalyse nun für montag den 3.2.2020 damit den ersten februar handelstag video jetzt hier mal live aus eingesprochen aus frankfurt quasi direkt vom seminar weg wir haben jetzt mit den teilnehmern den dachs mal bisschen auseinander genommen auf den verschiedenen zeiteinheiten alles zusammengetragen und sind zur erkenntnis gekommen es wird ein entscheidungstag im dachs der dachs kann zum montag jetzt hier definitiv die weichen legen reingerufen wurde decision day also unser dachs muss sich jetzt entscheiden hopp oder top korrektur vollenden trend fortsetzen oder trend umkehr denn fangen wir oben an nicht wundern hier sind jetzt schon pfeile drin das ist nicht mehr das was wir gestern haben wir haben das neu sortiert neu orientiert einfach mal rausgelöscht und mit den teilnehmern zusammen unseren dachs hier neu kalibriert könnte man sogar fast sagen dabei ganz wichtig ganz wichtig hat der jochen angemerkt wir sind an sich noch im range bereich wir haben ein doppelboden wurde mehrfach festgestellt ist auch tatsache ich würde jetzt noch nicht sagen dass der boden gehalten hat weil wir jetzt erst auf dem letzten tief hier aufgesetzt haben betrachten wir das aber so sind wir recht dynamisch bisher einfach nur an den unteren range dran gelaufen das so gesehen ist jetzt erstmal noch keine katastrophe wer die pfeile von dem gestrigen tag bzw die man auch gestern vorgestern hier drin hatten hat aber sicherlich gesehen dass wir hier schon den short trigger unter der 13 150 13 100 hatten und gesagt haben wenn der dax da runter geht kann der echt weg rutschen weg brechen stand hier deswegen jetzt hier ein bisschen 50 50 wir haben uns jetzt dazu entschieden dass wir da keinen pfeil weg ziehen sondern eben verschiedene punkte setzen jens hat richtig angemerkt dass wir unten als nächstes target wenn der boden hier nicht halten kann wenn wir unter die unterstützung bei 12 8 50 fallen schon damit rechnen müssten dass wir an die 200 tage linie fallen die 200 tage linie liegt auf der ebene hier bei 12.542 das passt auch zu dem was er ronald hier raus gelesen hat denn der hat gesagt da ist überhaupt nichts positiv dran das sieht für ihn einfach schwach aus schwach schlecht und demzufolge weiter mit abwärts deswegen haben wir hier auch ein bisschen aggressiver die pfeile runden raus genannt gemalt weil wir ja natürlich auch wissen dass im zweifel einer übertreibung die katzen a erstmal größer werden können und b ein trend erst dann richtig los rennt wenn er in der angst geboren wurde und da wir schon festhalten müssen dass wir die angst gerade erst haben oder die gerade sogar erst entsteht ne und auch die definition eines impulses wo wir sagen können der wächst der entsteht in der angst und wächst im zweifel altert im optimismus und stirbt in der euphorie das glaube ich vom andre titje oder von irgendjemanden der sich da mit elliot wellen ein bisschen tief ich glaube der andre titje hat den satz geprägt kann man schon sagen rein psychologisch betrachtet kann es natürlich sein dass unser taxi erst richtig 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 los liegt ne deswegen wir haben hier relativ viele unterbereiche und hatten deswegen jetzt überlegt wie gehen wir jetzt damit um wir haben uns auch den dax angeschaut auf einer auf einer auf einer oberneid indikation und haben dafür festgestellt dass der dax zwei gleich lange wellen losgetreten hat wenn ich ihn jetzt nämlich den mal hier reinholen stunden chart und wir jetzt hier sagen warum auch immer das jetzt hier nicht mehr drin ist eigentlich hat man es hier vorhin gemalt und wir nehme ich mal sagen wir legen hier einen channel an ja wir ziehen hier einfach mal einen channel über die horse über das tief müssen wir festhalten dass der punkt genau unten drauf gelaufen ist das heißt unser dax hat zwei identisch lange abwärtsbewegungen fertig gemacht und das ist richtig eigentlich ein abgeschlossenes korrekturmuster ein abgeschlossenes korrekturmuster in einer übergeordneten noch intakten seitwärts range wenn man das so will könnte man sogar sagen der freitag war eigentlich der anfang vom ende und zwar von der korrektiven bewegung die wir hier sehen indem wir hier ein weitendes 3 gesehen haben ein muster ein seitwärts muster vielleicht sogar eine ein sich weitender keil so könnte man es auch bezeichnen der hier einfach aufgegangen ist und der jetzt hier aber 1 2 3 4 5 wellen fertig hat das heißt wenn unser dax jetzt auftritt und eben nicht nur in rücklauf level rein kippt um dann weiter zu fallen müsste man sogar sagen dass der hier echt potenziale hätte nochmal komplett bis oben zurück zu laufen die gäbe es auch zu schließen hier und deswegen haben wir hier verschiedene rücklauf level gesucht der thomas und konrad waren sich hier relativ einig bei 13 95 13 100 dass der markt hier reinlaufen könnte wir hatten aber auch rufe dass durchaus hier auch die 13 95 das untere das bollinger band bei 13 60 schon rücklaufziele sind das zeigt nicht nur dass hier a viele rücklaufziele sind sondern b dass das auch ein ganz schönes geschiebe ist ne das heißt wir haben jetzt hier letztendlich erstmal eine puffer zone in dieser kerze außen stäbe innen stäbe wissen wir auch wenn jetzt erstmal in der kerze sich der markt bewegt ist das jetzt nicht signalgebend wichtig wäre jetzt quasi dass wir einen tagesschluss unter oder über dieser langen kerze bekommen alles was dazwischen passieren wird wäre im zweifel sonst einfach erstmal seitwärts kurszielbestimmung und so weiter und so fort auch seminar gegenstand gewesen haben wir dann richtig geschlussfolgert und gesagt wenn er jetzt aber umdreht und über die tageseröffnung vom freier tag hinweg steigt muss man damit rechnen dass er hier an das mittlere bollinger band an den gap close und an 61 retracement was sich hier alles clustert und zurückläuft dort gibt es dann sicher noch mal eine deutliche reaktion von oben runter auf die 13 100 13 1 15 und von dort dann hoch zu dem anderen gap demzufolge was ist jetzt für den montag wichtig auf tagesebene erstmal nur der tagesschluss ich würde das durchaus so teilen und auch eben mitgeben dass wir zum montag jetzt hier auf jeden fall aufpassen müssen was kommt jetzt das ist wirklich ein tag wo man sagen muss der tagesschluss vom montag wird entscheidend aber auch der dienstag also die nächsten tage sind wirklich vom muster her unheimlich wichtig für das was dem markt kommt das hängt sicherlich auch ein bisschen mit den nachrichten zusammen ähm dann sollte man sehr feinfühlig sein man interpretiert die bewegung die wir jetzt haben sehr stark mit diesem corona virus ähm alle leute die da am parkett befragt werden sagen das ist der grund warum die leute unruhig sind das muss nicht zwingend der grund sein warum jetzt hier so richtig stress nach unten reinkommt wenn wir mal rein technisch betrachten sehen wir nämlich ein was ganz markantes der markt war hier oben am letzten hoch und hat einen doppeltop gebildet ein doppeltop auf dieser schlaghöhe hat natürlich nach unten schon spielraum bis 10.200 ne das heißt wir haben von hier ein kostrücksetzer potenzial bis 10.200 und hätten einfach nur ein abc ein flat muster gemacht ein einfaches range muster zur seite auf ganz ganz großer zeiteinheit ne und auf der ebene betrachtet muss man sagen ein hoch hier in dem sinne muss jetzt nicht zwingend wegverkauft worden sein weil der virus für die börse so wichtig ist es kann auch einfach sein dass man das doppeltop hier jetzt eben handelt und eben gewinne rausnimmt um die hier unten wieder einzutüten in der zone ne das würde überhaupt nicht auf unsere monatschart analyse passen weil die nämlich schon davon ausgegangen ist dass der markt hier noch oben drüber setzt und dann erst eben stärker zurückläuft aber wenn der markt eben vorliegt und wir sehen hier auch das ist der tiefste wochenschluss den wir seit november haben ne also sogar seit ende oktober ist das der tiefste wochenschluss überhaupt ähm kann es durchaus sein dass unser tags hier echt jetzt anfängt ein bisschen unten raus loszuarbeiten na gut sprich was wollte ich ihnen jetzt eigentlich sagen warum habe ich die brücke geschlagen mit dem coronavirus typisch wäre es wenn jetzt eine nachricht kommt dass ein heilmittel für den coronavirus gefunden wurde und erfolgreich angewendet wurde und der markt weiter fällt weil dann nämlich alle sagen ja was jetzt ist doch alles gut gehe ich jetzt long rein denn wir wissen auf tagesebene wenn der markt sich jetzt hier dreht hat er hier unten einfach nur ein weiteres standbein in diese zone gemacht wo er oft hochgekauft wurde und steigt ne wenn da jetzt die nachricht kommt die entspannung signalisiert dann kann das sein dass der entspannt ist würde ich gar nicht sagen ne ohne frage aber bitte seien sie vorsichtig wenn der zum montag weiter fällt ne dann wäre es nicht richtig dagegen zu hauen und zu sagen ne ne ist doch aber ein heilmittel da der übertreibt jetzt bloß mal und dann steigt er morgen zurück kann echt sein dass der sich jetzt hier einrennt und das wäre auch nicht das erste mal dass wir im februar jetzt hier eine richtige klatsche vor die nase kriegen denn so fing es vor zwei jahren genauso an schauen sie mal hier bisschen runtergekleckert eine lange rote kerze gesetzt ne erster zweiter richtig lange rote kerze gesetzt und dann gucken sie mal da kamen noch zwei drei hinterher ne sprich hier bisschen runtergekleckert lange rote kerze gesetzt wenn jetzt hier noch eins zwei hinterher kommen das wird also es wäre doch eigentlich nur eine kosmuster wiederholung na also von daher bisschen vorsichtig machen wenn der jetzt nach unten weg kippt das ist halt sieht halt schon ein bisschen nach 2018 aus hier es ist einfach auch sehr ähnlich es ist wieder die 13.600 die wir nach unten kicken es ist wieder china der hier ein bisschen imponiert ein bisschen stress macht damals war es bridgewater die hier eingeleitet später ging dann auch in china ein bisschen crashartig was los also da auf jeden fall aufpassen wenn sie gucken was hier nach dieser lang roten kerze noch damals losgelöst wurde da sind wir auf 13.000 zurückgefallen ne mit dieser langen kerze oben von 13.250 runde auf 13.000 und zwei tage später standen wir bei 12.200 also im tief an der 12.100 das wäre im kunde jetzt 12.000 13.250 runde an die 13.000 kommt ihnen das bekannt vor genau habe ich ihnen gerade links auch nochmal gezeigt vor zwei jahren wenn der markt jetzt also hier weiter runter kippt sollte man schon davon ausgehen dass er die 12.500 oder eben die 12.100 erreichen kann hier hier bei 12.51 haben wir noch ein gap jetzt muss ich kurz auf meinen zettel gucken wo er das guru hatte das kam auch aus der reihe habe ich mir leider nicht aufgeschrieben ich glaube der ronald hat das gesagt ne hier bei 13.150 wäre dann noch ein gap sprich wenn diese 13 die 12.500 nicht halten sollte das sind hier die interessanten hoch ist das auf jeden fall hier ne also das soweit erstmal zum tageschart um die pfeile ein bisschen zu verstehen um das einordnen zu können wir haben mehrere indizien dafür dass wir hier einfach nur ein korrekturmuster beenden auf hohem niveau würde bedeuten trendfortsetzung richtung 14.000 brauchen wir jetzt aber grüne kerzen kommen die grünen kerzen geht er hier über 13.200 sind 14.000 möglich ne zumindest aber mal 13.250 äh 5.20 13.520 dann 13.600 13.800 14.000 muss aber auftreten schaltet er hier an der stabilisierung muss man erstmal unterstellen dass das jetzt hier noch bis 12.500 abgegeben werden kann das sind bloß 400 Punkte das schafft er locker an 1-2 Tagen ok gut jetzt gehen wir noch eine etage tiefer schauen auch mal was haben wir hier eigentlich am freitag mitgegeben ich war super bullig gewesen muss ich sagen ich war sehr davon überzeugt dass unser dax zum freitag nach oben gehen kann was hat er aber gebracht direkt ein abwärts skip unter unseren short trigger ne der liegt noch hier drin ne halt ich bin verkehrt das war der freitag aber ändert nichts auch abwärts gap wir hatten ja hier einen long trigger reingesetzt haben gesagt wenn der markt über 13.250 geht dann macht er das gap hier oben zu und dann steigt er uns auch noch weiter raus bis zur 13.400 ran hat er nicht getan direkt abwärts gap direkt unter unseren short trigger zum freitag da haben wir schon gesagt dass das so eine positive vorlage ist ne sie erinnern sich wir haben gesagt so eine positive vorlage wenn der unter 13.50 geht dann ist das nicht gut ne dann kann das abgestraft werden und ich glaube wir haben sogar die 12.880 12.39 benannt das war nämlich das untere ziel und hier sehen wir jetzt haben wir den hammer gebildet ja haben wir jetzt hier auch zurecht uns gezeichnet denn der einwand der teilnehmer war jetzt hier richtig dass man jetzt hier aber nicht zwingend wegen dem hammer gleich long reingehen sollte sondern eben wenn der markt sich darüber schiebt wenn er über den hammer drüber arbeitet und über 12.950 geht würde das rücklaufpotenziale auflegen rücklaufpotenzial muss man sagen ist hier sogar schon bis 13.70 ne das ist schon einiges was da an puffer ist dort würde man jetzt erstmal mit einer reaktion rechnen müssen das haben die teilnehmer richtig rauslesen das sehe ich das kann und muss ich auch so unterschreiben das ist richtig von dort rechne ich dann nochmal mit einer reaktion die gut und gerne hier nochmal auf die 13.000 setzen könnte und dann da eben oben weiter richtung 13.71 steigen könnte die hier eben auch eingebracht wird ok das ist so die bullige variante wenn unser dax zum freitag nach oben startet glaube ich schon dass er sich die nächste woche innerhalb dieser freitagskerze bewegen wird das kann so aussehen dass wir erstmal hochlaufen 13.70 dort eben ein bisschen nach unten abhampeln hochlaufen auf die 13.71 dann dort wieder nach unten abhampeln und hier einfach zur seite schieben um uns dann später zu entscheiden vielleicht sogar erst in der übernächsten woche der dax kann in der wochenkerse die er am freitag gesetzt hat locker fünf tage vorbei locker locker ne also das finde ich nicht ganz abwegig ist aber an eine einzige bedingung geknüpft nämlich dass wir über die 12.59 ansteigen ok das ist die bullige variante und dann müssen wir sagen kommt der markt aber unterhalb dieses hammers raus unterhalb der 12.900 müssen wir davon ausgehen dass der weiter fällt 12.800 12.750 und mehr ne also wir müssten dann in dem sinne dann auch wieder die zeiteinheit wechseln wenn der die volatilität so jetzt beibehält dann würden wir wieder auf den 2 stunden chart umsteigen sie erinnern sich unterhalb von 13.000 haben wir auch letztes jahr schon im 2 stunden chart immer gearbeitet weil dort die volatilität einfach höher war bringt der jetzt hier druck rein sehe ich unterhalb von 13.000 dann tatsächlich auch ähm deutliche risiken wie gesagt 12.500 wäre das grobe ziel aus dem tageschart im kurzfristigen bereich sicher die 12.800 recht wichtig und die 12.750 aber es wäre ein verkaufssignal ne es wäre negativ und wenn dann noch neue news kommen positive news wie zum beispiel heilung von virus oder sonst was kombiniert mit neuen tiefs vorsicht 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 passen sie da auf ey weil das ist das ist giftige mischung ne sie erinnern sich bestimmt noch was wir jetzt vor ein paar tagen gesagt haben mit dem coronavirus bitte 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 da haben ganz viele am anfang gesagt aber das ist doch das ist doch das ist doch das ist doch gar nicht so schlimm das ist doch total übertrieben der markt fällt ne ganz am anfang als diese ersten infizierten waren sie erinnern sich im tageschart das war ganz hier oben da sind die amerikaner rot runter gegangen da haben wir gesagt vorsicht 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 bitte nicht zwingend long dagegen stellen nur weil die nachricht so unreal erscheint ne haben wir einen riesen vortrag gehalten hier ähm nachrichten und so weiter und so fort man sollte das echt ignorieren gucken sie wie der markt sich bewegt gucken sie wie der fällt ich glaube dann sind sie besser aufgehoben wie wenn sie sich da eine meinung bilden aus der nachrichtenlage und das dann versuchen zu traden wirklich bin ich hundertprozentig von überzeugt gut ansonsten war ein schönes wochenende war lustig gewesen super nette teilnehmer war hat also hat auch mir spaß gemacht ich glaube es hat auch den teilnehmern spaß gemacht ich wünsche ihnen was viel erfolg zum montag gucken sie sich das erst mal an gut ciao bis morgen tschüss